ES-TV Videos aus der Region Württembergs in der Esslinger Altstadt. Der Esslinger Dekan Bernd Weißenborn hatte zu der interreligiösen Mahnwache aufgerufen. Wir wollen alles tun, um jüdisches Leben in dieser Stadt und drüber hinaus in diesem Land zu schützen. Und es darf keinen Freiraum geben für Rechtsradikale, für Antisemiten, für Hass, von welcher Seite er auch kommt. Dagegen wollen wir unsere Stimme erheben, wollen zusammenstehen als Demokraten. Jede Form von Verächtlichmachung jüdischen Lebens, jeder Anschlag auf jüdisches Leben ist Gotteslästerung. Das müssen wir durchbuchstabieren auf allen Ebenen, dass es keiner mehr vergisst. Sichtlich bewegt über die große Anteilnahme bedankte sich Rabbiner Jehuda Puschkin bei allen, die gekommen waren. Gerade jetzt dürfe man nicht in Ohnmacht verfallen. Wir haben keine Angst, wir würden weitermachen. weitermachen. Wir würden unser Judentum nicht verstecken. Wir haben einen Platz in der Mitte dieser Gesellschaft, in dieser Stadt, in diesem Land und in ganz Deutschland. Der SPD-Politiker Wolfgang Drexler sieht auch die Gesellschaft in der Verantwortung. Man müsse alles dafür tun, antisemitischen und ausländerfeindlichen Tendenzen entschieden entgegenzutreten. Die antisemitischen Straftaten sind von 2017 auf 2018 um über 10% auf jetzt 1650 angewachsen. Das heißt, an jedem Tag gibt es mindestens 4 Straftaten gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Einrichtungen. Und zwar nicht erst jetzt, sondern seit Jahren verständlich. Der Rechtsterrorismus und der Rechtsextremismus haben zugenommen. Die Straftaten nehmen jedes Jahr zu. Und die Gewalttaten gegen jüdische Mitbürger sind allein von 2017 bis 2018 um 60% auf jetzt 62 Straftaten angestiegen. Das ist eigentlich die Gesellschaft gefragt. Wir alle sind gefragt. Besonders die Mitte der Gesellschaft ist gefragt. Dort, wo antijüdische Witze erzählt werden, muss man einschreiten. Dort, wo Rassismus verbreitet, wird man aufstehen. Das ist mutig. Man muss es aber tun. Es macht mich als Vertreter der Stadtverwaltung stolz, dass so viele Esslinger und Esslinger hier sind. Vielen Dank auch für die Worte. Sie haben gesagt, Herr Abiner, das ist Esslingen. Und das wird heute Abend deutlich. Vielen Dank. Es ist ein starkes Zeichen, dass unsere Stadt aussendet, dass in so kurzer Zeit und sehr spontan organisiert so viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt hier sind. Zum Abschluss der Mahnwache sangen die 300 versammelten gemeinsam jüdische Lieder. Es war deutlich zu spüren. Der Schmerz über die schrecklichen Ereignisse in Halle sitzt immer noch tief. Schmerz über die Schmerz über die 216